Liebe Freundinnen, liebe Freunde, der gute alte Science-Fiction-Autor Isaac Asimov hat es schon gesagt, Gewalt ist die letzte Zuflucht der Unfähigen. Und in diesem Sinne möchte ich darauf hinweisen, dass Gleichberechtigung, Gleichheit, Demokratie und Meinungsfreiheit Verrungenschaft einer modernen, intelligenten Zivilisation sind. Und in diesem Sinne möchte ich auf einen kleinen Spot hinweisen, von laut gegen Nazis. Gewalt, rechte Gewalt kann jeden treffen und er heißt Brainless. Film ab! Brainless Brainless Brain Brainless 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 Brainless